Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini und heute verrate ich dir meine Lieblingsrituale zum neuen Jahr. Ich werde immer wieder gefragt, was ich denn persönlich für energetische Sachen mache, was ich denn selber praktiziere, bei mir selber, an mir selber, was denn so meine Rituale sind. Und deshalb möchte ich heute mal darauf eingehen, was ich denn so beim Jahreswechsel mache. Und da gibt es mehrere Sachen. Manche mache ich gerne auch in Kursen, was ja leider heuer nicht möglich gewesen ist. Aber ein paar Rituale, die du auch ganz leicht selbst daheim machen kannst, möchte ich dir heute nicht vorenthalten. Das Erste, was ich mache, und das klingt jetzt irrsinnig profan, ist wirklich einen Neujahrsputz. Das heißt nicht, dass ich jetzt meine Wohnung vom Gelage vom 31. auf 1. zusammenräumen muss, sondern dass ich generell schaue, dass ich mal durchlüfte, abstaube, staubsauge, ein bisschen durchputze. Denn ich finde immer, so eine Reinigung von einem Raum ist auch eine energetische Reinigung. Und nach diesem Putzen räuchere ich dann mal durch, was ich da jetzt genau nehme. Ich nehme meistens das, was ich so daheim habe. Manchmal gehe ich auch nur mit einem Räucherstäbchen durch, aber meistens verwende ich einen Weihrauch oder ein bisschen so Salbe. Also je nachdem, je nach Lust und Laune, was ich daheim habe, räuchere ich dann mal aus und reinige alles. Das ist für mich so ein Neustart, nochmal so ein Abschließen mit dem alten Jahr und dass ich klar und entspannt einfach dann ins neue Jahr gehen kann. Für mich ist es immer so, wenn geputzt ist und auch wenn man geräuchert hat, es wirkt einfach für mich alles klarer, alles ein bisschen, ich nenne es jetzt unter Anführungszeichen, schärfer wieder von der Wahrnehmung her. Und viele so Gedankenfetzen, habe ich zumindest das Gefühl, lösen sich durch diese Arbeiten. Das heißt, das Durchputzen, Durchräuchern gehört immer fix zu meinen Ritualen fürs neue Jahr. Das nächste, was ich jedes Mal mache, wenn so ein Jahreswechsel ist, das eine ist mal, ich lege mir Karten. Übers Tarot schaue mir einfach mal so die Energien an vom nächsten Jahr. Das baue ich dann auch meistens in Vorträgen ein. Schaue mir ein bisschen so astrologisch an, was auf uns zukommt, was ich auch in Vorträgen einbaue. Und schätze mal für mich so ab, wie sich das anfühlen wird, wie ich am besten mit den Tendenzen umgehen kann. Zum Thema Karten legen, da habe ich einen Tipp für dich. Wenn du sagst, mir gefällt das Kartenbild nicht, das da liegt, dann leg einfach nochmal drüber. Es soll ja eine spielerische Komponente sein, so dass es dir gefällt. Das ist ja alles, man kann ja alles lockerer angehen. Das heißt, ich lege da auch mal, also ich mache es normalerweise nicht, weil ich eher ein unerschütterlicher Optimist bin, aber wenn mir was gar nicht gefallen würde, dann würde ich wahrscheinlich nochmal eine Karte drüberlegen und schauen, dass das dann für mich passt, sodass es sich gut anfühlt. Und ich finde, da ist jetzt nichts dabei und das darf man ruhig mal machen. Das nächste vom Orakeln her neben dem Tarot ist, wie gesagt, das habe ich sehr gerne auch in Kursen gemacht und das ist auch recht witzig, ist wirklich so ein Überraschungsei mir kaufen, so eine Kinderüberraschung heißen die. Und schaue dann immer, was da für ein Spielzeug drin ist und schaue, was da für eine Botschaft für mich drinnen stecken könnte. Und jetzt sagt ihr vielleicht, naja, das ist ja kindisch und das ist lächerlich, aber ich zeige euch jetzt mal, was ich gezogen habe für das Jahr 2020 aus so einer Kinderüberraschung. So kann man das sehen, diese Schildkröte. Ja, das geht. Das geht so halbwegs. Ihr seht sie, sie ist so palpgrünlich, darum reagiert es darauf. Aber man sieht sie, die Schildkröte. Eigentlich Entschleunigung. Und das fand ich halt dann, wie dann der erste Lockdown kam und ich auch nicht mehr arbeiten durfte oder konnte, fand ich das dann natürlich schon ein sehr spannendes Bild mit dieser Schildkröte. Und ehrlich gesagt, ich habe die immer auf der Kaffeemaschine stehen das ganze Jahr und sie hat mich dann schon erheitert auch wieder. Also das hole ich mir wirklich aus so einem Überraschungsei, so einer Kinderüberraschung. Das ist immer so ein bisschen so ein Ritual für mich. Das heißt, das Tarot legen und das mit der Kinderüberraschung, das gehört eigentlich bei mir immer so zu einem Neujahrsanfang dazu. Damit habe ich also schon ein bisschen reingeschaut. Ich habe die Astrologie auch erwähnt, also da schaue ich auch rein. So astrologisch, was gibt es für Tendenzen? Wenn du dich in der Astrologie nicht so auskennst, kannst du ja gerne mal einen Vortrag von mir dir anhören. Ich mache auch heuer einen Kurs dazu zum Thema Astrologie, wo ich so Grundlagen lehren werde. Oder es gibt super Aufbereitungen fürs nächste Jahr, die ich sehr empfehlen kann, wo man sich dann anschauen kann, was gibt es denn da für Tendenzen. Das dritte, was ich mir anschaue, immer zum Neujahr auch, das ist so mein Unternehmen. Also ich bin ja selbstständig als Energetiker und ich schaue mir auch immer mein Unternehmen an. Das heißt, die Energie von meinem Unternehmen, was es da braucht, auch was ich brauche, dass ich mich besser einbringen kann oder ob ich vielleicht irgendwas noch erneuern kann, eine Einstellung erneuern kann, ob ich irgendwo was übersehen habe. Also da stelle ich mir immer so die mediale Energetik auf mit meinem Logo und schaue mir das dann einfach mal an, was da so am Kochen ist. Diejenigen, die Ausbildungen bei mir gemacht haben, die kennen sich ja aus und gerade ein Unternehmen und auch ein Einzelunternehmen ist natürlich ganz stark mit dir immer verbunden und so kann ich natürlich auch ums Eck rum so hinten bei mir mitarbeiten und das ist dann auch immer für mich sehr gut spürbar und da werde ich auch ganz klar. Ein letztes Ritual, was ich mache und was mir auch immer irrsinnig hilft und ich erwähne es auch ganz, ganz oft, ist wirklich zusammenzufassen, was für schöne Ereignisse ich hatte letztes Jahr und was ich vielleicht im neuen Jahr anders machen würde. Also das heißt, ich bedanke mich noch einmal ganz bewusst zu dem, an was ich mich erinnern kann, wo ich sage, das waren schöne Ereignisse und da ist was besonders gut gelaufen und schaue dann auch im Hinblick aufs kommende Jahr noch einmal, was ist mir heute heuer wichtig, auf was möchte ich meine Energien lenken, was möchte ich mehr ins Leben bringen noch, auf was möchte ich mich mehr konzentrieren und da halte ich so eine kleine, so energetische, mentale Buchhaltung auch noch einmal drüber. Also das ist auch etwas, was ich gern mache, so neuer. Und das letzte Ritual, das ich eigentlich mache, ich zähle zu den Ritualen, das Räuchern, das Putzen, also diese ganzen Vorgänge sind ja rituelle Dinge. Das heißt, es ist eine Reinigung, eine Klarheit schaffen, also das soll ja dieses Ritual eigentlich so ein bisschen verkörpern. Und das dritte wäre dann so ein Feuerritual, was ich auch noch gerne mache und da habe ich so eine Dose mit ganzen Lorbeerblättern und da schreibe ich mir auch noch einmal einen Wunsch drauf. Das heißt, mein Wunsch, bitte um Unterstützung, keine Ahnung, mehr Fitness zu machen oder bitte um Unterstützung, da ein Buch fertig zu schreiben, solche Geschichten. Also da formuliere ich eine Bitte und dann schaue ich auch einfach, dass ich das noch einmal so verbrenne. So ein Lorbeerblatt, das mache ich dann immer so an einer Kerze und gebe das dann in eine Schale und verbrenne es dann. Ja, das wären so meine Neujahrsrituale. Was hast du für Rituale? Gibt es irgendwelche bestimmten Rituale, die dich besonders berühren, vielleicht irgendeinen Spaziergang, irgendetwas, was du machst? Dann freue ich mich natürlich, wenn du das in den Kommentaren erwähnst. Wenn du Lust hast, ein Video über ein Thema zu hören, das ich aufbereiten soll, dann schreib es bitte auch in die Kommentare, denn gerne mache ich natürlich auch ein Video über dein Thema. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Es ist gerade im Jahr 2020 dieser Kanal unglaublich gewachsen und ich bin sehr, sehr dankbar dafür und möchte mich auch bei dir bedanken, dass du die Videos schaust, dass du sie likest, dass du sie teilst, dass du den Kanal abonnierst oder ihn vielleicht weiter empfiehlst. Und ich freue mich natürlich jetzt auf ein energetisch spannendes neues Jahr mit vielen neuen spannenden Themen hier am Kanal und ich freue mich natürlich, wenn wir das alles gemeinsam gestalten können, sodass das auch ein Austausch wird. Das soll ja nicht immer so eine Einbahnstraße sein, sondern du kannst auch aktiv teilnehmen, eben wie gesagt, schreib mir Kommentare, ich interagiere da auch und mache natürlich auch gerne Videos zu deinen Themen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein fantastisches 2021. Alles Gute, danke fürs Zuhören und wir sehen uns dann nächsten Freitag wieder. Dein Oliver Erini, medialer Energetiker. Energetik, die wirkt. Tschüss. Dein Oliver Erini, medialer Energetiker. 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 Untertitelung des ZDF, 2020